Hallo und herzlich willkommen. Ich präsentiere euch ein neues Produkt aus der Tea Tree Lavendament Serie und zwar das Tea Tree Lavendament Nourishing Oil. Es ist ein reichhaltiges Öl, das die Haare versiegelt, mit Feuchtigkeit versorgt und wirklich all das tut, damit es uns leichter fällt, die Haare zu bändigen. Es gibt Glanz, angereichert hier auch wieder mit Monoi, Pecoui und Jojobaöl und das ist super reichhaltig. Der Vorteil von diesem Öl ist, es zieht sofort ein, es gibt keine Rückstände im Haar. Das ist wunderbar. Ihr könnt das Haar lufttrocknen lassen danach, ihr könnt es aber genauso auch glatt föhnen. Es unterstützt uns in der täglichen Arbeit. Das Schöne daran ist eben auch, dass es die Haare versiegelt. Ihr habt einen unglaublichen Glanz danach im Haar. Seid gespannt auf Tea Tree Lavendament Nourishing Oil.